Hallo Leute und herzlich willkommen bei To my Roach Legacy Warte, ich hab grad mal ein Mikrofon gefühlt, weil ich den Puppschutz gerichtet hab Die, 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 die Membranmikrofone werden ja warm, wenn man die benutzt. Also wenn man da rein spricht. Weil die so einen internen Transcoder haben oder so. Wusste ich gar nicht. Also zumindest werden die bei mir warm. Ich weiß auch nicht warum. Hier sind so gefühlte 12, 10 Grad im Zimmer und das Mikrofon ist schon, also im Vergleich relativ warm. Oh, hab mich gewundert. Ach, voll gut. Mann. Musste auch mal rein. Ah, wird da was mit dem... Wut du? Okay, pass auf. Das war scheiße. Äh... Wupp. 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 Ich hab übrigens ein geiles Lied Ähm, hab ich den Geist gesehen? Was geht denn da draußen? Die können hier jetzt nicht langfahren mit dem Auto, Junge. Das geht doch nicht. Lol. Ich hatte einen Fahrradträger. Der wird bestimmt in Urlaub. Ich war auch in Urlaub. Hm. Äh, so Gouda. Ja, wir nehmen Käse. Öh. 162 Gold, Junge. Da können wir gar nichts anfangen. Einfach mal gar nichts, Junge. Gar nichts. Gar nichts. Die Dungeons erinnern mich auch so ein bisschen an den Eta. Äh, ja. Auch geiles Projekt. Okay, werden wir vielleicht irgendwann auch bald mal machen. Mal gucken. Wupp, wupp, wupp. 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 Wie welchen? Ich fresse. Ah. Ich werde es mal dem Penner hier ausschalten. Und dann dem Typen da ausbrechen. Der ist nämlich schon hart gedamaged. Und dann sammle ich hier erstmal alles ein. Was sein muss, muss sein. Höh, hat sich auch noch gereimt. Und dann gehen wir mal weiter. Yeah. 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 Man darf nicht so lange warten. Ja, dash doch da rüber, Mann. Ah. Ich bin immer noch von dem, äh. Ich bin ganz gewöhnt, dass man hier One-Head machen kann, aber ist ja hier gar nicht mehr so. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ah ja, mal gucken. Ja. So, hier haben wir nichts drin. Wupp, 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 wupp. Da kommen sie gar nicht dran, Junge. Oh, Schnauze. Ne. Lol. Da kommt man gar nicht hoch. Weil mit vielen Doppelsprüngen... Ah, hab ich ja jetzt noch nicht. Gut, egal. dann eben nicht, wenn ich mich nicht haben will Nö 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 Ach du stupid, stupid bitch Stupid bitch Hitteble Hitteble Ja gut, Kritiker Jetzt, da 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 krieg ich echt zu viel Zombie Zombies sind irgendwie die leichtesten hier Ist echt so Höhöhöhöhöh Äh Nee, nee Wollte ich doch nicht anfassen Junge So Bühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühühüh Alter, was ist hier los? Jetzt habe ich mir schon mal die Immobilien-Einheiten sozusagen ausgeschaltet. Nee, doch nicht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Alter, was hier auch los ist, Junge? So ein Flugfall gab es noch nicht mal in Frankfurt. So, jetzt schießt er. Und jetzt mache ich den platt. So. Chessblade. Ja, passt schon. Rune ist eigentlich ganz gut. Da können wir mal was verzaubern nochmal. Ich habe dich doch gehauen, Mann. Junge. Mach keinen Scheiß. Ich habe da einen Doppelsprung, warum setze ich eh nicht ein? Ich darf ja eigentlich nicht so laut sein, ich schreibe hier wieder drum. Ich trinke mal gerade einen Schluck Cola. Ich hoffe, das stirbt nicht. So, warte mal. Ich muss zuschrauben, sonst passiert dir ein Unglück. Press Enter to move on. Tschüssi, Hero. Paladin. Shinobi, Paladin. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Amor ab. Downstrike ab. Ja, das kommt später. Oh, ich bin Colorblind. Auch mal wieder was. Komm mal lange nicht mehr. Das ist... Paladin ist eigentlich eine ganz gut ausgeglichene Mischung. Wir haben 40 Schaden. Haben 190 HP. Ist eigentlich auch ganz gut. Kann man sich jetzt nicht beschweren. Außer wenn man farbenblind ist. Das ist ein bisschen... Das ist das Schwert natürlich ein bisschen das Gameplay. Wenn man nicht sieht, die ist das hier, weißt du? Wenn man nicht sieht, die ist das hier, weißt du? Verstehst du? Okay. Die gehen mit 40 Schaden platt. Das ist... Schon mal ganz gut. Also der Paladin ist... Grundsätzlich keine schlechte Wahl. Ich höre mich an, wie so ein Professor. So grundsätzlich kann man das machen? Ja... Nein, so spricht kein Professor. Aber ist auch egal. Doch und vielleicht ein Verrückter. Äh... Wie ich so. Hm... Äh... Stirb. Und hör mal... Da drüben... Kiste... Mit Gold. So. Und da ist der Dash wieder mal ganz gut. Hab mich mittlerweile auch an die Steuerung gewöhnt. Lippe, bippe, bippe. Alter. What the fuck? Night. Ja, cool. Da sind wir noch auf die Runde schon wieder ganz gut dabei. Wie gesagt, der Paladin ist... Eigentlich ganz geil. Find ich grad. Nur das Colorblind regt mich grad ein bisschen auf. Aber... Naja. Oh, ne Jukebox. Muss man dafür Gold nehmen? Ne. Wir hören uns das mal an. Pogo! Loy. Broadside of the Broad Sword. Das ist ja... Das ist die... Ja, das ist die Titelmelodie. Also die Standardmelodie. Das ist auch cool. Na? Ach so, das ist die Manor-Melodie. Okay. Roach legacy. Ja. The Fish and the Whale. So, stell ich grad mal währenddessen... So ein bisschen was. Das ist ja auch geil. Ich muss mal im Game-Ordner gucken, ob da ein Soundtrack dabei ist. Das wär ja eigentlich ganz geil. Rotten Legacy. Welcher. Ach, das ist das. Okay. Ja. das ist das wenn man gestoppt ja gut okay voll geil ich mache ich feiere den raum und ich werde jetzt schaden kriegen ist okay doch nicht ganz gut angestellt ich feiere jetzt gerade diesen raum voll geil die standardmelodie reach me in time ach so da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet aber halt die kiste nicht ist ja auch nicht so schlimm hier waren wir schon gehen wir mal hier runter zerstören wir hier vorher noch alles ganz wichtig immer alles kaputt machen da könnt ihr euch auch für irgendwie wenn er wen besucht oder so immer erst mal die einrichtung zerstören funktioniert super kommt er hoch jetzt kann er auf einmal dadurch schießen was ja war klar so ich ein bisschen unnötigen schaden bekommen aber naja wer wird sich denn da aufregen so das brauche ich nicht so das schloss gehört ja nicht mehr deswegen habe ich erst mal alles kaputt ist doch egal bisschen randalieren steht ja nicht unter strafe oder so gut ich habe sogar noch spawn gesehen auf der frage ich will hier unten darf ich da auch noch genau rein okay jetzt kommen wir uns schon wieder ein bisschen was zu leisten wer gew Vernon das ist als von mir auch ich muss gerade wüschen Äh, ist er auf. Äh. Ja, cool. Alter, dann so viele. Blueprints gerade. Wir werden ja im Bar. Das geht ja gar nicht. Ich hätte uns noch ein bisschen Gold geholt. Das ist ja voll gelohnt. Wir sind hier. Darunter könnt wir mal gehen. Oder da hoch. Wir gehen erstmal runter. Joa. Joa, das funktioniert. So. Upp. 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 Haben die hier mehr HP auf Emme? Oder so, keine Ahnung. Irgendwie, vorhin war die One-Hit. Naja. Oh, der Bossraum. Wollen wir uns töten lassen? Ich weiß es nicht. Eigentlich haben wir genug Gold. Ich könnte ja vorher hier nochmal reingucken, kurz dann hier daneben. Vorher machen wir hier nochmal alles kaputt. Was haben wir denn als Zauber? Das da. Na, hier ging es auch noch runter. Wo geht's denn da hin? Ach, in den Keller. Ja, ne, da will ich nicht rein. Das ist scheiße. Lass uns mal hier lang gehen. Vielleicht kann ich schon ein bisschen, ähm, ja. Aha. Ja, 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 ja. Ah, ja, interessant. Telefonbuch, äh, was? Ach, dammit. Ich hab grad Telefonbuch. What? Scheiße. Na gut, jetzt ist die Folge heute ein bisschen kurzer. 14 Minuten. What soll's? Sir Eric, äh, man sollte sich übrigens mal, äh, so eine Mythe geben. Es gibt ja die, den Trade Gay. Und, äh, der Trade Gay, der macht gar nichts. Das ändert gar nichts an der Figur. Und das finde ich schön, dass das einfach gar nichts ändert. Das ist so ein bisschen, ja, ne, Hommage. Oder, keine Ahnung. Einfach mal so ein kleiner Denkanstoß. Es ändert nichts am Menschen. Oder in der Spielfigur, je nachdem. Sir Gordon, ähm, The Lady Weeren Winry. Winry. Ja gut, äh. Passt. Ähm. Wir haben so viel neues Zeug bekommen. Ich will eigentlich erstmal zum Schmied gucken. Night's Bird. Nehmen wir das. Oder? Jo. Nehmen wir das. Was haben wir hier neu? Mana Heals. Äh, 95 minus 30 würde die machen, oder wat? Äh, nö. Eigentlich nicht. Äh, was haben wir hier? Night Limbs. Magic. Ich würde eigentlich den mal machen, weil der macht noch ein bisschen Heals dazu. Und. Ach, Quatsch. Aber wir haben ja auch noch Runen gefunden. Vielleicht können wir da noch ein bisschen wat machen. Macht die. Seeds Mana from slain enemies. Multiplering stack for increase. Skill enemies to regain mana. Ja, ist ja eigentlich, könnte man ja mal machen, ne? Komm. Passt schon. So, jetzt haben wir noch 448. Gut, das können wir uns eh nicht leisten. Gehen wir nochmal ins Manor. 610. 410. Dann mal hier noch Mana ab. Ja, komm, wir machen mal Mana ab. Kann ja nicht schaden. Gut. Jetzt haben wir doch 16 Minuten. Ja, noch ein bisschen getrögt. Egal. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Roadstack ist die Haut rein. Macht's gut. Tschüss.